Das Schwerschießen, also mit den schweren Eisstöcken, das gibt es nur im Bezirk Kitzbühn. Wenn wir jetzt, so wie heute, ein entscheidendes Cup-Spiel vor uns haben, gegen Jochberg, wo beide Mannschaften sieg- und kerngleich sind, dann ist das eigentlich wie das Champions-League-Finale beim Fußball. Man muss das dann natürlich auch als Weltmeister bezeichnen und heute freuen wir uns schon auf ein spannendes, fairees Spiel und mit den Jochberg haben wir aber schon harte Kämpfe gehabt, jetzt schauen wir mal, wie es heute so ausgeht, der Bessere möge gewinnen. Wir müssen jetzt auch nicht aufzählen, eigentlich noch. Wir müssen jetzt aufzählen, in der Bessere möge kommen. Jetzt steckst du an Euren. Du brauchst wohl mal mehr. Der so genannte Schlosserbäder, der was über Jahrzehnte den schweigesten Schlag geschossen hat. Im Silberling heißt der mit 16 Kilogramm. Der ist auch groß. Mal wieder schauen. Es steht jetzt 2 zu 1 und ich glaube, sie werden jetzt 2 zu 2 machen. Jetzt schauen wir mal, da sind wir auch mitten im Spiel. Da ist alles offen. Jetzt sind wir am Zug. Da sieht man sehr, wie es ausgeht. Das kostet Nerven, der Scheiß. Die Schlosserbäder, der ist schweig! Das ist schon ein bisschen. Die Schlosserbäder kann man sich nicht nur umgeben, weil wir das auch gerne machen wollen. Die Schlosserbäder und Fischung Wir haben den Bezirkskopf gewonnen. Das heißt mir leider, dass die Stürmerordnungen alles passen, die letzten zwei Kälte ausschießen. Die Cup-Saison sind zu Ende. Ein harter Kampf war noch nie, dass zwei Mannschaften gleich viel Sieg und gleich viel Kälte haben. Das hat es für mich gegeben. Um und auf ist heute der glückliche Gewinner. Wir haben sehr gut geschossen, die Hochberger auch, und wir waren ein bisschen die Remiger. Das hat es für mich gegeben. Vielen Dank. Vielen Dank.